Das brummt ja sogar richtig! Das klingt wie ein Vogel, nicht wahr? Um genauer zu sein wie eine Lerche, das ist nämlich ein Auszug gewesen aus meinem Streichquartett mit dem Titel Lerchenquartett. Leider keine Giraffe. Aber wie dem auch sei, eine Giraffe soll es also sein. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie klingt denn eine Giraffe? So was soll ich komponiert haben? Ja, dann ist ja gut.